Ihr wollt mir eins rin würgen, ne? Habt ihr euch so gedacht? Ich leide unter Hitzewallungen. Ganz schlimm im Moment. Da sitze ich irgendwo, steigt mir plötzlich die Hitze hoch, als wenn mir inneren Körper angezündet hätte. Wie bei der Hexenverbrennung, ne? Mein Gott, dafür bin ich da eigentlich viel zu alt. Ich hab innere Hitze. Furchtbar ist das. Naja. Könnt ihr euch wieder den Mund über mich zerfetzen, ne? Ne, macht ihr nicht, ne? Ihr seid nett. Ich glaube, ich genieße hier einen ziemlich hohen Sympathielevel von euch, ne? Naja, weil ich so quatsche, wie mir der Schnabel gewachsen ist. Und ich lasse mir auch nicht die Wurst vom Brot nehmen. Wenn mir einer was sagen will, kann er mir natürlich gerne sagen, ich bin kritikfähig. Früher nicht, heute ja. Ach Gott, ey. Naja. Äh, morgen fahr' ich mit meinem Neffen nach Polen. Der will sich auf dem Markt da ein paar Hosen kaufen. Mal gucken, wie das Wetter wird. Ach, jetzt kommt der angewackelt mit seinem Quatsch hier. Ich hab' gerade erzählt, dass du dir ein paar Hosen kaufen willst. Ich will mir auch ein paar Hosen kaufen. Ich trage im Moment nur Leggings. Aber bei einer alten Frau wie mir spielt das eigentlich keine Rolle. Die sind zwischen den Behen, trennen die sich immer auf die Hosen. Ganz furchtbar Zeug. Naja, die kosten ja nicht Fülle. Aber ich mag die ganz gerne, die sind bequem. Darüber ein legeres Bluson ist immer ganz bequem, ja. Ja, ständig bin ich am Nähen. Dauernd halt bloß sind olle Nähzeug beim Wickel. Und näh' die Dinger. Ja, weiß ich nicht, warum die Nähte so sind. Vielleicht halt zu fette Oberschenkel. Kann ja sein. Nee, aber jetzt.